Yo Leute, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Mathe-Nur. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, spielen wir heute wieder Undertale. Noch kurz schnell, äh, noch schnell die Musik leise gemacht. So, jetzt, äh, sollte das funktionieren. Wir waren ja da stehen geblieben, dass wir in dem zweiten Puzzle, ich weiß gerade gar nicht, ob es das zweite war, auf jeden Fall waren wir hier bei diesem Puzzle stehen geblieben und heute versuchen wir natürlich weiterhin dieses Puzzle zu lösen. Uns wurde ja in der letzten Folge ein Tipp gegeben, hinter der höchsten Säule, hab ich da nochmal per Google-Übersetzer nachgeguckt, weil on the top heißt ja die höchste und das ist mir aber in der Aufnahme nicht eingefallen, also an der höchsten Säule, okay, hier ist schon mal keiner, vielleicht meinen die auch hier unten an der obersten Säule. Das wäre, die hier, ja. Aber, meint ihr, meint ihr, die Entwickler wären so dumm? Ich trau den Entwicklern, ich trau den Entwicklern halt nicht so eine Dummheit zu. Aber da stand ja on the top. Also, muss es ja oben in der, also hier oben sein oder hier ganz... Okay, hier kann ich nicht mal weiterlaufen. Really? Da ist er? Ist das euer scheiß Ernst? Da... Das ist nicht deren Ernst. Ich hab ernsthaft so lange dafür gesucht? Brr! Okay, ja. Dann, bitte schnell weiter jetzt. Oh, brr! Ich war doch behindert! Oh, Gott! Ne. Da unten hat sich, äh, da oben hat sich ein Leverknecht, der es hier setzt. Ach, egal. Soll auch sein Leben schön. So. Oh nein, nicht nochmal so eine Scheiße. Ist hier in der Säule irgendwas? Wird irgendeine? Irgendeiner ist hier in... Okay, ich kann erstmal ein paar Gegner besiegen. Und ja, meine Nase ist verstopft. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh! Hat der eine gerade Bananen beworfen? Ey, hat der gerade... mit einer Banane nach mir geworfen? Ne, ich will keine Vitamine. Geh mal weg. Ich will keine Vitamine. Oh, ne. Schon gar nicht Bananen. Ah! Uff. Schon gar nicht Bananen, Alter. Geh mal weg mit Bananen. Was will ich mit so einer Scheiße? Was will ich mit Scheiß-Bananen? Oh. Ach, Scheiße. Noch ein Kla... Oh. Oh. Nein. Hau ab. Down. Down. Down ist er. Was? Ich wurde gehittet? Lol. Äh. Ja gut, äh. Da muss ich immer wieder ganz schnell los. Muss ich wieder so eine Scheiß-Aufgabe machen? Ernsthaft? Warte mal, vielleicht passiert hier irgendwas. Nothing happened? Vielleicht könnte das hier irgendein Hinweis oder so sein. Nothing happened. Auch nothing happened? Okay, das heißt, irgendwas ist an der Sache dran. Okay. Ja, und was wird wohl bei dem roten Switch passieren? Oh, okay. Gut zu wissen. Nein, jetzt bin ich wieder... Nein, jetzt bin ich wieder dort. Oh Gott. Muss natürlich auch hier immer überprüfen, ob hier vielleicht sich jetzt irgendwas getan hat. Nothing happened. Auch nothing happened. Äh. Äh. Okay. Okay, äh. Also der Blue Switch ist schon mal... Too easy. Aber ich musste... Hinter irgendeiner Säule von den beiden musste wieder irgendwas sein. Was gibt's hier Schönes? Eine Tür. Ja, das nehmen wir mit. Genau. Einfach so ein Spielzeugmesser. Ein Baum. Oh dear. That looks longer... That I... Who... I will... Ach. Keine Ahnung. Ich hasse Englisch. Wie bist du hierher gekommen? Bist du verletzt? Hier, hier. Ich werde dich heilen. Ich hätte dich niemals alleine lassen sollen für so lange. Äh. Well. Okay, sie kann mir nicht länger irgendwas etwas verheimlichen. Komm. Kleines Ding. Okay. Do you smell that? Surprise! Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Kinder Surprise. Lull? Schönes Zuhause. Hier muss es doch irgendetwas geben. Das ist Kuchen. Warum kann ich den nicht essen? Okay, dann halt ich. Esse ich ihn halt später. Lull? Ich geh mal noch hier lang. Where is it? A room of your own. Ah, okay, ich hab jetzt ein eigenes Zimmer bekommen. Okay. Lull. Okay, hier sind Kinderschuhe und solches Zeug drin. Im, im empty photo frame. It's really dusty. Okay. Also so viel wie der photo frame ist düster. Alter. Oh geil, Kuchen. Kuchengeschmack. Ich will den sofort essen. Ich will den sofort essen, Alter. Lager. Gehen wir mal wieder. Hm. Was ist das von der alten, das Zimmer? Lol. Wie viele Türen gibt's hier, Alter? Ach so. Ach so. Der Raum wird gerade renoviert. Okay, lol. Hallo. Hallo. Wow. I'm already icy. Ich will keine Bücher. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Scheiße, da stand jetzt irgendwas mit Auswahlmöglichkeiten. Ich will nochmal Kuchen. Ich will nochmal Kuchen essen. Bitch. Gehen wir halt mal runter. In den Folterkeller. So beginnt wirklich jeder Folterkeller. Fick dich. Ich will da runter. Du Hure. Oh, Alter. Da ist die alte aber schnell, ne? Da ist die alte schnell. Da ist die alte schnell. Hau doch ab. Alter. Verpiss dich doch einfach. Ich will da jetzt runter jetzt. Ich will da runter. Okay. Alter. Boah. Ah. Kann die alte mich nicht einmal alleine lassen? Oder muss die wirklich überall dabei sein? Die alte geht mir ganz schön auf den Piss. Gehen wir mal wieder. So. Wo lauf ich überhaupt hin jetzt? Ich geh nochmal zu der Algen. Vielleicht hat die ja noch irgendwas zu sagen. Oder warte, ich kann mal hier lang nochmal. Vielleicht finde ich da ja noch ein Spielzeugmesser. Vielleicht finde ich da ja noch ein Spielzeugmesser. Schade. Mann doch. Ich mache so ein Spielzeugmesser. Also habe ich ja schon vor. Ich würde sagen, ich speichle auch erstmal. Falls es jetzt komplett abstoßen muss. Nein. Eine Vase? Oh, hello. Nee. Ich will keine Geschichte hören. Ich will keine Geschichte hören. Oh... Tschüss. Haha, jetzt wird die Alte ja nicht kommen. Also schnell weg hier. Schnell weg. Schnell. Schnell weg hier. Wie kann die Alte so schnell sein, wenn die fucking Bücher liest? Die Alte Olle. Die Alte Olle. So eine Olle. Huuu. Alter, for real? So eine Olle, Alter. Ich weiß grad, tut mir leid, ich weiß grad überhaupt nicht, ob man hier im Hintergrund Musik hört. Ja, man hört Musik, okay. Ich hab mich nämlich schon gewundert, warum meine Tonspur so hoch ging vom Mikrofon. Weil ich halt das Rauschen komplett aus hab. Deswegen hätte es mich gewundert. Oh Gott. Äh. Uuuu. Okay, sorry für den Eerrape. Der Eerrape musste mal sein. Guck mal. Guck mal, die Alte, die liest verfickte Bücher. Und wenn ich da in den Keller runtergehe, da ist die schneller als The Flash. Was soll der Kack? Da ist die schneller als The Flash und Usain Bolt zusammen, Alter. Ach, und dann in den Kleiderschrank gehen und ich kann nicht mal selber in meinen Kleiderschrank. Warte mal kurz. Wie soll ich denn an die Lampe da hinten bitte rankommen? Lol. Äh. Äh. Okay. Das lassen wir auch ganz normal so stehen. Ich will Kuchen. Okay, dann nicht. Ich will doch jetzt endlich runter in den scheiß Keller. Warte mal, vielleicht. Ich untersuch mal der Eerzimmer. Okay, klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Aber. Vielleicht. Finden wir da ja irgendetwas. Wie gesagt, dieses Let's Play ist immer noch komplett blind. Ich weiß wirklich nicht, wo es hier lang geht. Und was als nächstes kommt und so und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Hilfe annehmen darf ich nicht, weil sonst wäre der Sinn von Blind Let's Plays komplett zerstört. Deswegen nehme ich keine Hilfe an, by the way. Also ich nehme, also ich nehme nicht keine Hilfe an, weil ich sie nicht brauche, sondern ich nehme keine Hilfe an, weil ich es wegen einem Blind Let's Plays nicht darf. Die Alde kommt bestimmt wieder übel schnell hinterher. Junge! Ich eskaliere gleich wegen der Schlampe. Alter! Die ist mir ja überall hinterher. Mann, ey! Drecksladen! Ich nervte jetzt mit der Ruin. Oh! Okay! Hä, wo ist die? Ich habe irgendwas mit der Ruin gesagt. Und die war wohl wieder schneller als der... Wo zum Fick ist die? Hä? Ist die einfach weg oder was? Vielleicht ist die in den Keller gegangen, wo ich vorher nicht hin durfte. Ah ja. Ah ja! Okay, ich folge dir einfach mal. Alter! Lass mich doch weiter jetzt! Alter! Loll! Da ist irgendein Tor. Loll! Sie blockt mir den Weg! Alles klar! So. Sorry Leute, ich muss mich mal kurz ausschnoumen. Egal wie ekelhaft es klingt. Ja, es klang ekelhaft. So, die Olle versperrt mir immer noch ein Weh- Alter, hat die viel HP. Alter, Junge, du Schlampe. Wie soll ich da durchkommen? Oh, holy fuck. Du, der Schnäpfe. Oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. Fuck, zwölf HP habe ich nur noch. Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Alter, ich krieg dir niemals tot. Alter, what the fuck, meine HP. Übertreib, du Schlampe. Ein HP. Ein fucking HP. Oh nein, oh nein, oh nein. Hoch. Oh, der hat viel Schaden gemacht. Holy fuck. Nein, ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. Fuck. Scheiße. Ja. Mit einem HP. Mit einem einzigen HP. You are stronger than I. Froh. Froh. Also, jetzt kann ich das wieder nicht so schnell überspringen. Okay, es geht um den Esco. Esco geht. Jetzt soll mir von dem nicht die Seele lassen. Äh, nehmen lassen. Mein Child. Lol. Lol. Weg, Isi. Weg, Isi. Okay. Ohne Scheiß. Äh. Mit so einer Wendung habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass ich meine Begleitperson ausschalte. Lol, aber ich bin halt kompletter Fighter. Äh. Als ob ich meine Begleitperson... Ja, war ich doch schon mal. Was? Okay, ich bin gerade mega verwirrt, ne? Was? 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 Okay, es hat mich gerade leicht an den Anfang erinnert. Okay. Was? Was? Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Hä? Ich wollte schon so sagen. Was ist denn jetzt los? Lol. Äh. Warte, ich dachte schon, ich wollte von irgendwas verfolgt gerade, lol. Wie lang ist der Weg, bitte? Ah. Oh. Okay, ich hatte doch was gesehen. Was willst du, du Schlampe? Oh. Oh. Okay, das heißt. Do you know how to greet a new pearl? Turn around and shake my hand. Von mir aus. Hannuole. Ui, jetzt geht's erst richtig los, Alter Jetzt geht das Spiel erst richtig los, Mann Okay, diese Szene war gerade lustig, lustig Einfach so, alles klar, bitte lass noch mal so eine Zoom-Szene kommen, war schade Okay, ciao Okay, ich würde sagen, wir speichern und hier machen wir, würde ich sagen, im nächsten Part weiter Ja, lasst deinen Remadeur um nichts mehr zu verpassen, aktiviert auch die Glocke, damit ihr das Video mit als erster seht Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat Gebt gerne Feedback in den Kommentaren ab Ja, und schreibt halt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet Und ja, jetzt bin ich raus, wir sehen uns Und... Ciao Ciao